Hallo zu euch, willkommen zurück zu einer neuen Episode von, ja ganz genau, wir spielen gleich der Guildmanager und es geht weiter, ganz happy und freundlich und fromm, werden wir die Gilde weiter ausbauen. Es ist natürlich jetzt am Anfang noch ein bisschen, ne, das ist noch ein bisschen übersichtlich jetzt und, ne, aber das wird schon geil, das wird schon geil. Und was haben wir hier, was ist das? Die Berserkerhütte. Wollen wir die aufwerten, das kostet mich aber Metall. Ich würde gerne hier so ein, oh, hier so ein Frostturm oder halt, sollen wir einen Feuerturm kaufen, da brauchen wir aber noch Steine. Vielleicht können wir uns doch irgendwo Steine verdienen, wir bräuchten nur noch fünf. Was ist mit... Ich darf drei Leute einsetzen. Okay, komm, wir versuchen es. Wir versuchen uns die Belohnung zu holen. Er ist immerhin schon, oh, guck mal, ich kann ihn jetzt noch, noch mehr Gesundheit drauf ballern, noch mehr Stärke, noch mehr Bewegung. Wofür ist Bewegung gut? Kann man nicht sehen, wofür das gut ist? Hm. Ja, komm, kriegt er noch Ausdauer. Ist er viel Ausdauer im Gegensatz zu anderen? Ja, ne? Ja. Okay, ist okay. Okay, ähm, zurück. Er ist schon mal drin im Fight. Bogenschützen, Klaro, Maro. Und ihn hier mit an vorderste Front stellen und dann schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, da gibt es jetzt eine... Oh, richtige Rangelei. Einer liegt am Boden. Da geht die Kelle rein. Der Pfeil trifft. Sitzt gut. Der Berserker... Oh, oh, der Berserker kriegt Probleme. Unser Berserker kriegt Probleme, aber geht. Jetzt nochmal ein Schlag. Jawoll! Wunderbar, wunderbar. Das ist ein Mittelfeld geohnt. Nehmen wir mal das hier. Nehmen wir mal das hier. Ah, wir brauchen dringend halt was, womit wir... Achso, ne, ne. Ich bin nicht interessiert am Ring des Todes zur Zeit. Die Arena. Einer gegen einen. Komm. Einer gegen einen. Kampf in der Woche. Muss ja mal drin sein. Dann nehmen wir natürlich unseren Berserkermann. Wir kämpfen ohne Priorisierung. Wir lassen sie kämpfen und schauen, was passiert. Wir sind, äh, ne, das sind nur unsere Marionetten. Die für uns kämpfen. Aber ich werde schon... Also ich sehe schon hier... Rasesch. Das ist... Das ist der Mann. Das ist der Mech. Oh, Steine. Sehr gut. Steine ist sehr gut. Dann gehen wir mal hier in die Gilde und kaufen uns den Feuerturm. Kaufen. Dankeschön. Dann gehen wir mal in den Gladiatorenmarkt. Da können wir nämlich hier schon so eine Pyromantin kaufen. Die hat sehr hohe Intelligenz. Das ist sehr gut. Also die brauchen Ausdauer. Intelligenz ist zu hoch. Äh, okay. Okay, kaufen wir. Oh, wir brauchen mehr Wohnraum. Dang it. Mist. Aber das kostet nur Holz, ne? Das ist okay. Dann... Dann bitte. Dann müssen wir ran. Steht auch ein Turnier. Eine Meisterschaft steht bevor. Äh, wir haben Sarah und geben der natürlich jetzt das Intelligenz-Halsband. Ähm. Er hier könnte einfach mal hier... Guck mal, davon haben wir so viel. Dann kann er nicht umgeworfen werden. Und so Bogenschützchen ist auch schon wieder am Start. Dann gibt's Ausdauer und mehr Agilität. Noch mehr Agilität. Und noch mehr Bewegung. Und mehr Gesundheit kann die auch gut gebrauchen. Und dann rushen wir hier mal ein bisschen vor. Ja, Gladiatoren-Sold. Den müssen wir uns auch leisten können, ne? Boah, hier wär noch... Da hätten wir richtig Gold für gebraucht. Dann müssen wir die jetzt ein bisschen hocharbeiten lassen. Die große Farm-Meisterschaft steht an. Schauen wir mal. Oh, oh. Ich würd gern halt mal die Pyromantin ausprobieren. Erstmal. Gehen wir erstmal auf Blau. So. Der Berserker. Ich setze ihn mal nach hinten. Bogenschützchen auch. Und die Pyromantin. Mal hier hin. Und dann kämpfen wir mal und gucken. Hat die Pyromantin im Fernkampf? Oh, und wie sie das hat. Aber sie hat sich aufgelöst. Oh, oh. Stufe 4 gegen Stufe 2. Er zielt besser. Es gibt natürlich keine Experience Points. Also die Pyromantin muss weiter nach hinten. Nächster Kampf. Oh, ein Haufen Wölfe. Sarah nach hinten. Dann wäre er hier hin. Ihn packen wir da hin. Ja, und noch ein Ritter in die Front. Ah, es sieht gut aus. Sehr gut. Wir kriegen alle ihre Experience Points. Boah, hier ist auch noch eine Pyromantin mit drin. Ne, wir kämpfen erstmal auf zwei. Das ist schon... Vor allen Dingen hier mit... Ich setze die Pyromantin mal noch ein Stück nach hinten. Oh, ey. Die hat direkt kein AP mehr. Wofür fackeln die jetzt ab? Meine Bogenschützin. Ey, die ruled alles weg. Hier noch mehr Stärke, damit sie, wenn sie trifft, dann trifft sie halt geil. Bewegung, Agilität, bisschen mehr Gesundheit, Ausdauer. Die ist mein Steckenpferd. Die ruled hier alles. Die ruled wirklich alles weg jetzt. Obwohl... Ja, ich weiß nicht. Ich habe hier noch... Puh. Bogenschützen, Bogenschützen, ne? Da muss natürlich ein Ritter mit rein. Oh nein, ich habe keine Mana-Kristalle zur Wiederbelebung. Wieso hat mir niemand gesagt, dass ich Mana-Kristalle brauche? Ach, du Kacke. Okay. Jetzt stehen wir blöd da. Jetzt stehen wir blöd da. Ne, der ist schon erledigt jetzt. Der hat schon die Arschkarte. Komm schon. Oh Gott. Oh Mann. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Kann ich wiederbeleben für einen. Ich habe nur noch einen Mana-Kristall. Pyromanten haben überhaupt keine Gesundheit. Der Fairman. Der Fairman. Braucht mehr Stärke. Mehr Bewegung. Hier. Mehr Gesundheit. Mehr Stärke. Ah. Das ist der einzige, den ich wiederbeleben kann. Der hat keine Chance. Der wird so niedergetrampelt. Boah. Kommt wie das Schlachtfeld aber auch aussieht. Ziemlich cool gemacht eigentlich, ne? Ne, da müssen wir leider drei von sechs Kämpfen nur gewonnen. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Tempel der Wiederbelebung bringt gerade die Leitung zurück ins Leben. Was machen wir denn jetzt? Oder werden die automatisch jetzt dann... Ah, die werden automatisch wiederbelebt. Sonst ständen wir jetzt richtig blöd da. Ja, Training fortsetzen. Solange wir hier dann noch so ein paar Quests da haben, erledigen wir die natürlich auch. Berserker. Da ist nur ein Berserker am Start. Okay. Schauen wir mal, was passiert. Komm schon, hau die doch weg. Hau weg. Ja, der eine hat schon sein Schild verloren. Ja. Ich muss da schon mal mit der Axt reinhauen, Junge. Gib doch mal richtig Gas. Was ist denn los mit dir? Mann. Oh ja, okay. Okay, okay. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ach, da kannst du dann sehen, wann die aufladen und so. Ah, das ist für Profis. Ja. Natürlich war das amazing. Ach so, Belohnung auswählen. Steine. Steine haben wir gerade am wenigsten, ja. So, Berserker, ey. Der braucht auf jeden Fall viel mehr Stärke. Der kriegt richtig Gesundheit. Boah, das ist ein Biest, Alter. Aber ihr habt es gesehen, also es bringt auch nichts. Ehre gegen einen. Schauen wir mal, es gibt es da. Oh, eine Level 6 Oma. Dann machen wir mal Kampf. Warum hat die Pyromantin jetzt schon wieder so viel Energie verloren? Ausdauer. Totenerweckung verhindern. Oh. Die mögen uns gar nicht, ne? Die Baronin. Die Baronin mag uns gar nicht. Und die Nekromanten hier anscheinend auch nicht unbedingt, hä? Okay, der beschwört irgendwelche Viecher. Das ist aber jetzt ein bisschen unfair. Egal, solange sie brennen. Einfach umgekickt noch am Ende. Sehr gut. Ja, hoffentlich. Steine oder Holz? Ne, wir nehmen Steine. War das jetzt schlau? War das jetzt schlau? Wir wissen es nicht genau. Gladiatorenmarkt ist voll mit neuen Gladiatoren. Level 3. Level 3. Level 4 Pyromantin. Eben kurz gucken, ob die schon irgendwas Cooles kann. Die ist aber auch schon kurz vor Level 4. Es reicht eigentlich. Gebe ich jetzt kein Geld für aus. Dann gehen wir mal lieber in den Gegenständemarkt. Boah, guck mal hier ist ein guter Sale. Intelligenz und Agilität. Kaufen. Lederumhang erhöht Agilität 2. Intelligenz und Ausdauer kaufen. Verkaufen. So. Kommen wir erstmal. Shadow hatte irgendwie noch gar keine Chance, irgendwas zu machen, ne? Ich verkaufe Shadow erstmal. Ähm. Gucken wir mal. Sie bekommt auf jeden Fall dann hier Intelligenz und Agilität. Äh. Ah, jetzt natürlich eine Magierrobe habe ich mitgenommen. Warum? Warum? Agilität um 2. Ausdauer um 90. Könnte er gebrauchen hier, hä? Gut. Äh. Den Kram verkaufe ich mal. Also wir müssen die schon mit mehr Items irgendwie stärken. Achso, die Farmmeisterschaft muss ich dann wieder warten. Ereignisse laufen gerade auch nicht. Gegenstände habe ich gekauft. Jetzt gleich ist auf dem... Oh. Bauer. Ja, wir bringen den Bauern was bei. Nein, wir dürfen nur einen anwenden. Dann versuchen wir es mal. Jetzt geh mal ran mit deiner Keule da. Sie liegt am Boden. Komm schon. Komm schon. Ja, Sprint. Sprintangriff. Schöner Schlag. Schöner Tritt. Liegt am Boden. Zack. Jawoll. Richtig gut. Richtig gute Bauernausbildung. Kein Problem. Totenerweckung verhindern 2. Jetzt ist im Moment hier auf dem Gladiatormarkt. Ne, Rabatte kommen erst später. Guck mal hier, der Warg. Den kaufen wir. Shit, unsere Rabatte. Abgeschlossen, abgeschlossen. Einer gegen viele. Na, da werden wir wahrscheinlich wieder unseren Meister einsetzen müssen. Hier, unseren guten alten Rather. Jetzt wollte ich mal eben gucken, was kann der noch? Hier, damit er sich nicht niederschmeißen lässt. Das ist vielleicht echt ganz praktisch. Damit die den nicht umschubsen können. Die Bogenschützin, die Bogenschützin. Oh Gott, Mist. Defeated. Haben wir nix. Haben wir nix. Hm. Das war nicht so geil. Der wird jetzt erstmal in Ruhe wiederbelebt. Gucken wir mal, ob wir hier... Drei können wir einsetzen. Wir helfen, wo wir können. Er ist schnell, kann schnell beißen. Pyromantin. So, schauen wir mal. Oh, oh, da ist irgendwie ein Laserstrahl. Der hat sie verwirrt. Er hat sie... Mit seiner fiesen Magie... Jawoll. Sehr gute Kombination. Sehr gute Kombination. Priesen wäre natürlich auch nicht schlecht. Kein Problem. Nehmen wir erstmal hier die Eisen. Baron. So, die braucht viel mehr Ausdauer. Viel mehr Intelligenz. Agilität. Ein bisschen Stärke geben wir aber auch noch. Das halt einfach... Macht Sinn. Gladiatoren weiß ich nicht. Jetzt steht das nächste Turnier vor der Tür. Kriegen wir ihn bis dahin wiederbelebt. Das große Farm-Turnier. Nächster Kampf. Boah, da sind schon echt fiese Gegner bei. Aber wir können fünf anwenden. Der kann durchrennen. Ich verstehe. Nächster Kampf. Nächster Kampf. Okay. Also wenn wir das schaffen wollen, dann müssen wir jetzt erstmal ganz easy hier am... am... am Stissel bleiben. Echt mal. Hol dir lieber da die Pfeiltanten da hinten. Sehr gut. Der ist sehr effektiv gegen Pfeil-Menschen. Beziehungsweise... Komm, wir versuchen es jetzt mal hier. Berserker nach vorne. Die nach vorne. Bogenschützin natürlich nach hinten. Der Warg rennt jetzt hier und versucht direkt durchzurennen zu den Ferncampern. Okay, mit dem Warg sind wir gut dabei. Da sind wir echt gut dabei. Der Ritter. Machen wir ihn stärker. Agiler. Mehr Gesundheit. So. Okay, das sind nur Fernkämpfer. Bogenschütze nach hinten. Der Ritter nach vorn. Den auch nach vorne. Aber am besten hier oben direkt auf die Zweier schicken. Und unseren Warg... Machen wir mal nach hinten. Kampf. Maximale Anzahl ist eh überschritten. Okay. Dann machen wir es so. Da ist die Bogenschützin auch weg. Aber wir haben nicht genug Mana. Das ist ein Problem, Leute. Das ist ein Problem. Hier können wir vier einsetzen. Hier können wir fünf einsetzen. Ich habe eh nur noch drei. Und habe, glaube ich, kein Geld mehr zur Wiederbelebung, ne? Nee. Hier können wir vier einsetzen. Ich habe aber nur noch drei. Ob der Warg die Pyrobanden schnell kriegt? Weiß ich nicht. Den am besten direkt auf ihn hetzen. Und ihn erstmal dahinter. Was für merkwürdige Geräusche? Ich habe hier ganz merkwürdige Geräusche im Zimmer. Oh ja. Stärke, Agilität, Gesundheit vor allen Dingen braucht er. Er braucht Stärke, Agilität. Haben wir eigentlich noch irgendwas, was ja so... Ein bisschen Gesundheit für den letzten Kampf. Ist doch der letzte Kampf dann, oder? Nee, den schicken wir direkt durch. Sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir natürlich nicht so viele... Ah, endlich wieder Mana-Kristalle. Ein bisschen mehr Mana sammeln wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? So am Ende des Tages. Bauern ausbilden. Wir sind almost bereit. Boah. Wir brauchen eine schöne Training-Session, um uns als Gruppe zu kämpfen, um uns als Gruppe zu kämpfen. Puh. Okay. Der hier muss direkt nach hinten durchrennen. Er sammelt die hier vorne ein. Hat er noch so Schriftrollen, dass er nicht niedergeworfen werden kann? Das ist wichtig. Obwohl hier keine Niederwerfer sind, glaube ich, ne? Aber egal, wir kriegen das hin. Müssen erstmal die Omas hinten abgelenkt werden. Ob er das jetzt überlebt? Nee. Aber egal. Die beiden müssten eigentlich relativ schnell down gehen. Komm, die Oma, hol dir die Oma, kick sie um. Jawohl. Jetzt noch den alten Bauern mit der Gabel da. Tritt ihn, stich ihn, mach irgendwas. Werdt euch. Ja. Ich wollte schon sagen, er steht da rum, guckt zu, wie er sieht mit der Mistgabel. Ja. Nice, oder? Finde ich auch gut. Äh, nehmen wir das hier. Was seid ihr? Tobt euch aus. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, dann werden wir in Ruhe wiederbelebt. Gebe ich jetzt keine Manna-Kristalle erstmal für aus. Der muss halt viel schneller werden. Der muss viel schneller werden. Mit der stechen kann. Versteht ihr? Zzzz, zzzz, zzzz. Totenerweckung verhindern. Drei wäre jetzt noch übrig. Mal eben hier in die Gilde gehen. Tempel des Lichts. Kolbenschwinger, Frostturm, Jägerlodge. Ja, komm, wir kaufen mal so einen Tempel des Lichts. Und werten den Feuerturm noch auf. Die Berserkerhütte. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir alles investiert. Das ist toll. Wir bleiben hier auf Pause. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt an in der nächsten Episode wieder. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, reingehauen und ciao mit auch.